Rebspot.de aus Düsseldorf mit einem bekannten Gesicht oder auch Nicht-Gesicht, nämlich dem Degenhard. Hallöchen. Guten Tag. Und du hast einen Freund mitgebracht. Wer ist denn das? Das ist der Loke. Und Loke ist wer? Ich lasse dich hier nicht trinken. Sollte ich das jetzt wissen? Ach Gott. Okay, sag's einfach selber. Ja, Loke von Johnny Wine Dancer. Und ihr seid hier noch nicht vollzählig, weil wer fehlt? Der Forzebär muss arbeiten. Der schickt ein paar Essen. Kommt aber später noch auf die Party. Dann können wir ihn ja vielleicht nochmal da treffen. Das hat er gesagt, genau. Das hat er gesagt. Wie verlässlich ist der da? Ja, je nachdem wie dein Alkoholpegel ist, kannst du den dann da nochmal mit deinem Aufnahmegerät interviewen. Moment, das hängt jetzt nur von meinem Alkoholpegel ab und nicht von seinem? Das lassen wir unkommentiert. Dann die Frage, die man eigentlich nicht stellen soll. Ich stelle sie trotzdem. Warum heißt ihr Johnny Wine Dancer? Der Name ist irgendwann mal rumgespukt. Ich habe den, glaube ich, von irgendeinem Udo Lindbergh-Song mal irgendwann gehabt. Erst hat man noch einen anderen Namen, der war noch behinderter und der war dann cool. Und dann hat das allen gefallen und dann war das so seltsam, dass wir das alles total toll fanden. Irgendwas hinzuzufügen? Ich glaube, die Möglichkeit zwischen der *** und Johnny Wine Dancer. Wieso nicht? So ist es, Alter. Gut, dann fragen wir mal anders. Ich habe *** sogar damals schon in Texten verarbeitet. Dann frauen wir mal anders. Wer ist denn Johnny und warum ist es so wichtig, dass er tanzt? Wer will denn antworten? Ihr dürft euch jetzt gern prügeln darum. Das ist einfach eine Metapher. Der Name war halt cool. Das hat einen gewissen Pathos gehabt. Das ist unhöflich. Hat eine gewisse Dramatik gehabt. Hat einen gewissen Pathos gehabt. Das passt zu uns. Diese Johnny-Figur hat sich dann irgendwie so ein bisschen ausgebaut. Das ist halt so das, was uns alle verbindet. Eigentlich. Frotzi kam ein bisschen später, deswegen ist er da nicht so der, würde ich ihn da in dem Reim jetzt nicht mit erwähnen. Aber so Loke, Hero und mich. Wir haben so eine gewisse Wertvorstellung. Wir haben so eine gewisse Idealvorstellung von Menschen. Und Johnny war so dieses, der alte Soldat, der alte Krieger, der dreckige Perverse. Also das hat sich dann irgendwie so in diesem Johnny-Ding manifestiert. War von Anfang an aber nicht so geplant. War einfach nur irgendwie so ein komischer Satz. Und alte, dreckige Opas tanzen gern? Alte, dreckige Opas tanzen gern. Vor allem tanzen die richtig. Wie tanzt man richtig? Wie alte, dreckige Opas eben tanzen. Mit Tränen in den Augen und richtig dabei. Nicht gut, aber leidenschaftlich? Ja, natürlich gut. Also gut und leidenschaftlich? Richtig. Was ist wichtiger? Qualität oder Leidenschaft, die Zität? Beides. Also Qualität ist wichtig. Arbeiten war immer dran. Beziehungsweise Hero, der versucht sich da auch immer zu steigern. Und ja, Leidenschaft sowieso. Wie lange gibt es euch dann als Formation und wie seid ihr zusammengekommen? Wer möchte zuerst? Erzähl du, wie wir zusammengekommen sind. Wir sind zusammengekommen über den Merkur. Hi, grüß dich. Ja, Hero und Merkur sind langjährige Freunde. Und der Däger kannte Merkur. Und wir hatten früher einen G** und ich... Ja, entschuldige. Also der Plan war vorher wieder keine Vornamen zu benutzen. Funktioniert super. Hero und ich haben einen kleinen Keller ausgebaut. Und da hat er mal den Dägenhardt mitgebracht. Da haben wir uns gesehen. Und am selben Tag noch einen Song aufgenommen. Oder beziehungsweise am selben Abend. Hat funktioniert. Name, Crew. 20-Sekunden-Geschäft. 20-Sekunden-Geschäft. Hat er auch was vergessen? Irgendwie die super krasse Entstehungsgeschichte? Die mit Pointe? Nö. Das war halt genau das dreckige, räudige. Wie jeder halt anfangen sollte. Ein total ekelhafter Keller. Gab es da ein Klo? Ich habe immer ins Waschbecken gepisst. Wir haben immer in diesen Abguss gepisst, ne? Ja, ne? Ja, ja, doch. In so ein Waschbrücher, aber in der Mitte war so ein kleiner. Und da habe ich immer reingepisst. Ich weiß nicht, ob es okay ist. Ich glaube, ja, das war halt genau Hip-Hop. Und dann hast du aber mit dem Forzi früher schon Musik gemacht, bevor es Johnny war ein Tänzer gab. Stimmt das? Kann man es Musik nennen? Ja, Musik, ja, kannst du schon Musik nennen, natürlich. Aber im Forzi habe ich immer zusammen gewohnt, also gegenüber. Und sind immer Nachbarn gewesen. Und haben dann über alte Acht-Spur-Maschinen dann Songs aufgenommen auf irgendwelche Ami-Beats. Aber jetzt was Richtiges, Produziertes kam dann eben auch erst durch den Hero, ne? Und jetzt wird es ja, also jetzt macht ihr es ja alle ernst. Und habt das neue Album gebracht, euer zweites Crew-Album, Johnny Jugend. Was verwirkt dich denn hinter der Johnny Jugend? Vor allem, weil euer Logo ja eigentlich ein alter Mann ist. Scheiße. Ich habe auf die Taube geachtet. Ja, der alte Mann war das Erste, das ist die Basic. Wir sind die alten Männer, Johnny Jugend war das Nächste. Boah, das hätte es ja nicht so übelst viel Sinn reininterpretieren. Das ist so, wir haben sehr viel Support gekriegt. Wir haben ein sehr großes Umfeld, was uns mag, glaube ich. Oh, krass. Und, ähm, dann ist das so entstanden aus der Idee, ne? Das ist so ein bisschen angelehnt natürlich an Turbo Negro, so, und nicht an die HJ, oder? Ne. Und, ähm, das war, alter! Krass. Oh. Oh, leck mich. Ähm. Willst du so lange weiterreden, während er mit der Westbe kämpft? Johnny Jugend, äh, kam vom DG die Idee, so, ja, klar, wir haben dann immer Feedback bekommen, äh, waren dann meist ältere, älteres Klientel, so, und, äh, hat sich dann eben alles auch so ein bisschen, äh, dahin entwickelt, dass jüngere Leute dann auch interessiert an unserer Mucke waren. Ähm, ja, und dann kam der DG mit Johnny Jugend, und, äh, man kennt ja die Bewegung Turbo Jugend, ne, von, äh, wie der schon gesagt hat, von Turbo Negro. Ja, dann hat man das einfach eben auf, äh, Johnny projiziert, ne, und dann gemacht. Alles klar. Dann kam... Es ist keine große Weltveränderung geplant, auf jeden Fall. Was? Es ist noch keine, was? Es ist keine große Weltveränderung geplant, aber es ist schön zu sehen, dass auch viele Leute jetzt langsam mitziehen sind. Und auch die Artikel bestellen, und super. Wie sahen das Feedback außerdem aus? Außer wir kaufen eure Musik und schreiben euch, wie toll das ist. Gab's da was, was darüber hinausging? Ihr habt zum Beispiel ein Video gedreht mit Fans in Düsseldorf. Was, äh, wie war da die Resonanz? Die Resonanz vom Video, ja, sieht man ja leider nicht so gut, ne. Aber, äh, es hat einfach Spaß gemacht, ey. Wir haben am selben Tag, haben mal einen Post rausgehauen. Heute Abend Süßland-Shop. Videodreh. Dann stand irgendwann ein Mob etwas weiter links, äh, von dem, von dem Treffpunkt. Und, äh, ich wusste erst gar nicht, dass die alle nur gekommen sind, äh, wegen dem Video. Und ich dachte, das wären irgendwelche Leute, aber, ja. Dann waren es dann doch ein paar, ein paar mehr. Und, äh, ja, die wussten dann auch nicht, wo sie schlafen sollen. Dann hab ich die mit zu mir genommen, und dann, äh, ja, ne, war ein guter Abend. Sehr brüderlich auf jeden Fall das Ganze. Dann hat der Degen eine schöne Zeile. Äh, Johnny Jugend, unsere Liebe ist ein strenges Gesetz. Warum ist die denn streng? Ich denke, sie ist sehr offen. Ähm, ja, wie sehr ähnlich wie bei dem Johnny-Ding, ne. Ja, also, weil unsere Wertvorstellungen, unsere Personenkriterien schon streng sind. So, ist halt, wir haben eine straffe Vorstellung, sind sonst, äh, halt etwas lockerer. Aber da haben wir halt sehr straffe oder sehr direkte und klare Vorstellungen. Und das ist, deswegen ist unsere Liebe streng. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Okay, sehr unprofessionell hier, zu meiner Rechten. Wir sind ja gleich noch auf einer, äh... Na gut, dann reden wir einfach weiter mit dir. Jetzt guckst du auf dein Handy. Nee, ich hab's extra ausgemacht. Will noch jemand Handys reinwerfen, vielleicht irgendwas? Okay, gut. So, dann, also, kam ja noch der, der Forzi-Bär zu euch. Ja. Wenn man sich eure Charaktere so anguckt, der rohe, männliche, harte Mann, der künstlerische mit dem weinenden Einhorn im Nacken. Forzi-Bär übernimmt da welche Rolle? Komplett psycho. Also, ja. Also, Forzi ist nochmal ganz, ist out of space. Das ist ein ganz eigener, ähm, ja, irgendwo dazwischen, so, ne? Er ist ein überintelligenter, ich werde wahnsinnig, und, ähm, ganz eigene Person. Ist von uns beiden die Steigerung oder irgendwo die Mitte oder weiß der Deibel, was es ist. Und, ähm, kann's halt nicht beschreiben, ne? Kannst du dir denn beschreiben? Ihr wohnt ja relativ um die Ecke beieinander. Ja, Forzi, äh, Forzi kommt ja eigentlich eher so auch aus der Metal-Ecke, aber, äh, hat dann irgendwann auch Rap für sich entdeckt und, äh, ja, wie gesagt, äh, intelligenter Typ und hat dann das ganze Junkietum irgendwie dann mal auf Rap-Texte gepackt. Und, äh, ja, ja, wir saufen durch, wir saufen viel, wir trinken viel, zu viel, aber es ist alles gut. Also, man lebt und kommt aus, also. Kann man sagen, dass Forzi den amüsanteren Gegenpol zu euch bildet? So, ja, so, wo die Sprüche ein bisschen mehr auf Witz bedacht sind? Ja, auf jeden Fall, weil er es auch gut kann, ne? Also, wie gesagt, es ist auch alles echt, ne? Also, wenn du den Lifestyle, sag ich jetzt einfach mal, so kennst, dann, äh, ja. Aber gut, bei uns allen ist alles echt, ne? Äh, wie läuft das denn ab, wenn ihr drei euch zusammen im Studio trefft, wenn so unterschiedliche Charaktere versuchen, einen Song zusammen zu machen? Ja, das ist Johnny Spencer, ne? Das ist, äh, gut, das war, das war sehr aussagekräftig. Hör auf an deinen Füßen zu spielen. Äh, okay. Äh, wie wir das machen, wir machen es einfach. Also, es hat kein System, es hat kein, treffen wir uns, ne? Bier trinken und schreiben. So, also, wir haben, zeig mir mal einen Song. Also, auf dem Album sind natürlich ein bisschen Konstrukte drauf oder ein bisschen System dahinter, so, aber meist ist es halt drauf los und machen und Spaß haben, so. Wow. Sind auch teilweise Songs, die schon, äh, Bestand hatten von mir und von Degge, wo der Fotzi dann später noch hinzukam und gesagt, ja, geil, passt, wenn ich noch ein Part da hinzufüge oder noch mitmache oder was und ist dann auch rund geworden. Also, ist nicht immer so, dass man sich direkt im Studio trifft, also, dass manchmal irgendwo im Hintergrund alles passiert ein bisschen. Wenn man sich, so, mach's nochmal, ich bin hängen geblieben. Alles klar. Mach's, einmal darfst du noch machen, jetzt mach's. Los, und los. Das ist in Berlin hier. Wenn man eure beiden Crew-Alben miteinander vergleicht, seid ihr eine Crew oder eine Band oder eine Gruppe, wie nennt man das bei euch? Eine Crew. Okay, dann eure Bande. Wenn man eure beiden Banden-Alben miteinander vergleicht, auf dem ersten, auf dem nur ihr beide wart, auf dem dritten, auf dem Forzi mit dabei ist, drängt sich mir der Eindruck auf, dass mein Zettel wegfliegt und dass ihr auf dem ersten Album versucht habt, in der Mitte euch beide zu treffen, aufeinander zuzugehen und auf dem zweiten Album habt ihr versucht, euch als Künstler und Persönlichkeiten mehr einzeln zu positionieren. Dann liege ich da richtig? Ja, genau, richtig. Genauso haben wir es halt gemacht. Also wir haben halt beim ersten, alter, im ersten haben wir halt versucht, so ein bisschen die Mitte zu treffen, haben so geguckt, ja, war so das erste, die erste Berührungspunkt, Heavy Petting und dann haben wir so gemerkt, wir müssen uns nicht anpassen, jeder ist sein eigener, seine eigene Charaktere, so, Loke hat das gemacht, was er am besten kann, nämlich Technik abgehen, flexen und ich habe das gemacht, was ich kann, mehr auf die Texte achten, ein bisschen ruhiger werden, dass man die Texte versteht, mein Style machen, so, also, ne, alles Absicht und so war es geplant und wir finden es total super. War es hinzuzufügen? Ja, nö, eigentlich nicht, genau so ist es. Gut, dann fragen wir dich doch lieber gleich zu deiner Stimmband-Operation, du wurdest ja an den Stimmbändern operiert, warum denn und wann? Und wieso und überhaupt? Ja, warum? Ja, was ich dann letztendlich erfahren habe, ist, dass sowas durch eine Stimmband-Überlastung kommt und ja, es gab eben eine Zeit, wo der Hero und ich... Jetzt mach endlich das Handy aus. ...ziemlich oft im Studio waren und da auch an einem Tag immer ziemlich viel aufgenommen haben und war abends noch eine Party, ich bin heißer geworden, war bei Pipapo, halbes Jahr heißer rumgelaufen und nach einem halben Jahr Ärzte suchen, hat sich dann eben festgestellt, dass ich einen 3mm Stimmenlippenpolyp auf der linken Seite sitzen hatte, der dann jetzt letzten Freitag operativ unter Vollnarkose entfernt worden ist und ist alles wieder da. Ja, und bei Johnny Teasme hat man ja gehört, wie sie es anhört, wenn sowas eben zustande kommen soll. Kannst du den Stimmbänder-Test nochmal machen? Ich bin so froh, dass das wieder da ist. Danke, das wird mein neuer Klingelton. Ja, du bist ja nicht der erste Rapper mit einer Stimmband-OP, ne? Prinz Pi, Casper, Basult, dann Hengst, haben ja auch alle schon was gehabt. Ach Quatsch. Ja, aber ich weiß nicht, ob es der Polyp war, aber auf jeden Fall wurden die alle mal in den Stimmbändern operiert. Ja, weil in der Entzündung kannst du ja nicht operieren. Also wenn ein Fremdkörper entsteht, so und wie gesagt, es ist nicht durch Rauchen oder durch Saufen, was ich erfahren habe, ne, dann schließen die Stimmbänder eben nicht mehr, weil da eben etwas sitzt und ja, krass. Ja gut, okay, die gehen auch ein bisschen mehr live ab, so, ne? Bei Prinz Pi ist die Stimme danach ein bisschen dunkler geworden. Hast du das bei dir auch beobachtet? Ja, weil wenn du diese Heiserkeit hast oder diese Stimmbandscheiße hast, dann sprichst du automatisch mit einer Kopfstimme. Das ist sehr anstrengend. Und da bin ich jetzt auch noch. Normalerweise hast du ja hier den Resonanzkörper und sprichst ja mit dem ganzen Körper eigentlich und dieses mit dem Kopf sprechen muss ich mir jetzt auch erst wieder abgewöhnen. Das ist ein bisschen dunkler. Normalerweise bin ich ein bisschen aktiver und rede auch lauter und dann hört sich das so an und ja, jetzt diese Kopfstimme ist eben so. Okay. Dann hat der Degenhardt mir im letzten Interview erzählt, dass er mit seinen Sachen nicht so gern live auftreten würde. Könnt ihr sich aber vorstellen, das mit den Johnny-Wein-Tänzer-Jungs komplett zu machen? Habt ihr da jetzt irgendwelche Pläne in die Richtung, mal live aufzutreten? Reden wir natürlich schon lange drüber. Also Angebote sind eigentlich auch da. Ich muss mich jetzt natürlich noch ein bisschen schonen, sieht man ja. Rauchen, saufen, kannst du nichts mehr. Aber eine Woche nicht geraucht. Ja, Rapper-Lifestyle, wie will man dem entkommen? Ja, genau. Ne, haben wir vor. Wir gucken auf jeden Fall, dass es jetzt die nächste Zeit anläuft. Okay. Und wie soll das dann irgendwie funktionieren? Also ich meine, er hat ja gesagt, er ist wahrscheinlich ein nervliches Wrack und kennt seine Texte nicht und das ist so nicht zu gebrauchen auf der Bühne. Wie denkst du ihm, unter die Arme zu greifen? Ich muss ihm der unter die Arme greifen, er muss mir unter die Arme greifen. Ich meine, da sind ja teilweise auch Textpassagen, wo keine Zeit zu atmen bleibt, wo dann auf jeden Fall es immer besser ist, wenn du jemanden hast, der dich backt. Also um zu atmen und das Ganze auch irgendwie klar und deutlich mit Power rüberzubringen. Ist egal, ob du langsam rappst oder ob du schnell rappst. Also backen ist immer gut. Also das kriegen wir schon hin. So, noch etwas hinzuzufügen. Habe ich was Falsches gesagt? Ja, der Look ist jetzt sehr nett. Also grundlegend bin ich immer der Spassi, der halt sagt, nee, ich schaffe das nicht und ich bin doof und ich habe Angst. Du schaffst dann beide Parts. Genau. Und ich stehe dann halt nur so daneben. Ja, mhm. Schauen wir mal. Arbeit mal dran. Ich meine, man muss sich ja auch selber, ich stand schon ein paar Mal auf der Bühne, hab da eben ein paar Dinger gemacht, aber muss jetzt langsam mal richtig was passieren. Aber da müssen wir uns dann eben auch in den Proberaum stellen oder in das Studio stellen und unsere zwei Live-Mikrofone auch mal nehmen und ein bisschen proben, was das angeht. So, ja, machen wir schon. Möchtest du etwas dazu sagen, sollen wir das Thema übergehen, schnittschweigend? Ja, übergehen wir. Okay, dann übergehen wir das und fragen einfach, wie das direkt weitergeht, wenn ihr jetzt was live bringen möchtet. Klammern wir das mal aus. Wie soll es dann weitergehen? Du willst ein Lost Tapes noch bringen, habe ich das richtig verstanden? Auf jeden Fall, ja. Das ist auch schon fast fertig. Und seit Ewigkeiten geplant. Und seit Ewigkeiten irgendwie geplant, ja. Das sind dann alte Songs, also nichts Mixtape-mäßiges auf irgendwelche Ami-Beats oder so. Das wird alles auch auf Hero-Beats sein. Und Klamotten aus Jahren, wie wir uns eben kennen, von 1999 bis 2008, 2009, sage ich jetzt mal, von irgendwelchen Studio-Sessions, die ich im Hero eben durchgemacht habe. Und Sachen, die nie rauskamen, packen wir jetzt komplett auf den Tape, 90 Minuten. Und das war schon richtig auf einer Kassette? Wir haben schon 20 Kassetten, die hat uns ein guter Freund von mir auch handbemalt, alle. Und die gehen dann raus, mit Einzelstücke. Und dementsprechend gucken wir aber auch, dass wir das dann noch auf CD... Was ist los? Ja, der hat sein Ipeg weggeschmissen. Mach Authentic Street. Authentic Street. Okay, reicht denn jetzt auch. Wieso ist bei Interviews mit dir oder mit euch immer der Hintergrund interessanter? Ihr habt keine Lust mehr. Na, sag es ruhig, sag es ruhig. Ich fand, er war grenzwertig so. Und sein Hip-Bag aus voller Wucht hinzuschleunen ist ein Move, Alter. Total im Business-Park, sein Hip-Bag aus voller Wucht hinzuschleunen ist ein Move. Mein letztes Skeletor-Shirt habe ich letztens einem Obdachlosen gegeben. Mit dem habe ich geteilt. Der hat mir ein Kickhemd gegeben für zwei Euro. Ich habe dir mein letztes Skeletor gegeben. So, Lost Tapes, ne? Und was sonst noch? Willst du ein Album bringen? Also, was jetzt als nächstes ansteht? Ein Solo-Album ist auch in Planung, ich gehört. Von uns allen. Von uns allen, aber ich möchte jetzt über deins reden. Ja, wir haben gestern noch darüber geredet, wie wir das Ganze irgendwie ein bisschen cooler verpacken, dass die Crew nicht zu kurz kommt. Okay. Aber darüber, wie gesagt, haben wir gestern erst gesprochen und ist eine tolle Idee. Versuchen wir umzusetzen und deshalb kann ich jetzt mehr als das nicht sagen. Darüber reden wir also erst, wenn es soweit ist. Genau. Alles klar. Und du wolltest ein Album mit Gossenboss noch machen oder eine EP oder irgendwas? Ja, machen wir so parallel. So wie er halt Zeit hat und das schafft und neben seinem groß spurigen Leben halt. Aber was machst du noch? Ja, wie du Lok gesagt hast. Wir haben jetzt gestern im Großkonferenzsaal vom Bütchen beschlossen, dass wir was total super Neues machen. Was ganz eigen wird und sehr groß und alles auf einen Haufen und eine Riesenüberraschung. Oha, das wird also wieder auch ein großes Enthüllungsvideo? Das weiß ich nicht. Okay. Das ganze Projekt wird eine Enthüllung. Warten wir es mal ab. So, wir haben es dann endlich geschafft. Bis auf eine Sache noch. Nämlich soll ich dich fragen, du sagst auf Zuhause, Paul Simon ist ein Hurensohn. Warum ist Paul Simon ein Hurensohn? Scheiße, was war denn das nochmal? Das war auf Zuhause und ich glaube, Paul Simon ist der von Simon & Garfunkel, oder? Das weiß ich. Aber wieso ist Paul Simon? Das hatte eine Theorie, dass er halt, boah, schlag mich tot. Ich schreibe es bei Facebook. Alles klar. Dann haben wir es doch endlich geschafft. Wollt ihr noch was zum Abschluss sagen? Alles Gute, ne? Ich bin ein bisschen dankbar, dass es so kurz ist. Hast du noch einen Monolog? Ich überlege jetzt wegen dem Paul Simon Ding nochmal. Das war, weil er hat irgendwas gesagt, was mir extrem nicht gefallen hat. Ich glaube, es war in dem Video, wo der den Glastisch hat. Also in dem letzten mit... Na, ist egal. Ist, 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 ist. Das ist ja schon der zweite Versuch, uns zu interviewen. Warum hat denn das beim ersten Mal nicht geklappt? Frage an dich. Frage an euch. Warum habt ihr eigentlich nur Scheiße gelabert letztes Mal? Naja, geht. Also Kneipentheorie. Man hat ein paar Bier getrunken und dann redet man eben ein bisschen. Also ich war eigentlich der Meinung, dass das relativ in Ordnung war. Fand ich eigentlich auch. Irgendwelche Statements? Das war von der Edmo super. Das Resultat war nicht so super. Also technisch nicht verwertbar. Genau. Gut, dann haben wir es mal wieder, die böse Technik. Wir sind eigentlich alle ganz super. Du hast einen neuen Klingelton. Ich habe einen neuen Klingelton, nehme ich dein Stimmgeräusch. Darfst du es nochmal machen? Ich bin unglaublich glücklich. Ich werde glücklich sterben. Das war es für heute. Tschüss. Bis zum.